Okay, Paul, du bist deutsch? Na gut, der Quatsch, dann mit Ruben. Wer Ruben nicht kennt, man muss unbedingt mal ein Worldline-Video anschauen. Jetzt bin ich da so... Sie sind beide auf der Veranda? Ob ich die Halb-AFK so krass gek... Also, beziehungsweise, nee, als ob ich die Halb-AFK... Nee, als ob mich die Halb-AFK nicht gekriegt haben. Als ob die mich Halb-AFK... Na, egal. Ja, du bist ja auch krass. Ja, da haben sie recht. Als ob... Alter, ist das behindert. Kann das sein? Ich war in dieser Corona-Zeit noch... Gold-Nova, bla bla bla. Der andere ist auf der Veranda. Sander. Boah, du hast aber auch ein echte Ekelhaftes-Aim, ne? Ich hab in der Corona-Zeit sehr viel gegrindet. Aber einige hätte die nicht ankommen können. Wenn ich alleine war und du keinen Bock hattest, mit mir zu zocken... Ja, ich hatte schon Bock. Korrigiere bitte. Ja, gut, aber ich guck ja auch Rebels. Ich hab ja nicht keinen Bock auf dich, ich hab generell einfach nicht so Bock zu zocken. Du kennst mich doch. Ich schluck ihn als Benziner. Ich muss da diese 150-Sieger oder so hinkriegen, damit ich endlich mal ins Overwatch-Star komme. Nein, ich glaube nicht. Im Keller. Der geht aber hoch. Ich hab mich so schön gedreht. Ich hab hier zu sehen. Alter. Ja, die haben wir beide an, deswegen. Jetzt die erste Runde, die die geholt haben. Ich glaub, du so am Carryen bist. Du Carry-King. Ganz kurz dachte ich jetzt wirklich, ne? Ich würde hier richtig rein rasieren. Einmal... Ey, der Mann. Einmal Pro anstatt gehoben. Im Keller. Sehr gut. Geht klar. Na, so. Ist er hartst. Loll. Darf ich dir eine Sache anmerken? Ja? Danke, Lehrer. So. Mega. Meine Erdkundelehrerin. Weil zwei Leute... Und vielleicht war ich einer von denen. Ich möchte einmal bitte einen Drops an mich in den Kommentaren sagen. Die Hausaufgaben ich hatte. Hat die einen kompletten Austausch... Hat gesagt, dass sie keine Predigt oder sowas halten will. Während sie die Predigt gehalten hat... Ja, da steht hinter... Scheißhaft nicht. Dass sie das persönlich nimmt, wenn jemand die Hausaufgaben nicht macht, nimmt das auch mehr aus. Digga. Also wenn du keine anderen Probleme hast, als das persönlich zu nehmen, dann äh... Ja, hast du auch keine anderen Probleme, als das... Läuft bei dir, Bruder. Die Soastländer. Oder ein Toastsoaster. Jetzt hier, nimm du auch eine. Warum hast du dir jetzt auch eine gekauft? Drei M4, ist einfach weil... Das war letzte Runde. Das war schon beabsichtigt, das, äh, gegangen. Baustelle. Baustelle ist tot. Bombe ist Baustelle. Ich glaub, irgendwie die Runde kann man schon als gewo... Also zumindest die Runde jetzt. Das Match könnte immer noch sein, dass die jetzt spinbotten plötzlich. Was ich jetzt relativ wahrscheinlich erachte. Ne, weißt du, was ich jetzt mache? Oh, der kommt wirklich zur Baustelle. Der kommt da zu dir. Ich glaub, der hat gesehen, dass... Ja, trotzdem flicke ich den jetzt nicht. Moin, Alter. Aber mein Flick war auch nett. Aber du bist ja auch ein Flick-Trick-Shotter, oder nicht? Machst du das nicht nebenberuflich? Ich habe Merkels als der komplette Server zusammen. Merkels als du und unsere beiden Gegner zusammen. Was ist denn jetzt mit Merkel? Ne. Ist sie noch Präsidentin da? Also... Ja, aber ich glaube, du wird bald zur Reichskanzlerin befördert. So weit ist sie schon. Läuft bei uns Deutschen, würde ich mal fast sagen. Tod. Boah, Alter, du... Hast du deinen Aimner? Dem möchte ich echt nicht begegnen. Nicht im Dunkeln auf der Straße, sonst vielleicht. Da hast du ja Glück, wenn ich bei dir bin, dann bist du mit mir auf dem Dunkeln auf der Straße. Achso, by the way, ähm... Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr sehen, was für Videokonate ihr sehen wollt. Die Pauli mich auch nehmen werden, wenn ich bei Paul bin. Oh. Find ich gut, dass du das neueste Gütesiegel hast. Ja, das wär auch fahrlässig, wenn ich nicht das neueste Gütesiegel hätte. Bisas-lässig, oder fast-lässig. Das ist auch ein Unterschied. Und war das jetzt mit Schleswig-Holstein, Zesoldstein? Alter, es könnte sein, dass sie jetzt angemacht haben. Der hätte mich da unten schon abge-aimt. Der Typ ist einmal zur Aufwechslung Gegner für mich. Ah, das stimmt. Nein, die haben nicht angemacht. Der hätte mich gesehen. Aber der Typ ist auch ein Volltrottel. Das ist wirklich von den Typen, der... Wenn du den holst, hast du eine nice Waffe. Nimm dir die Waffe schnell. Gut. Das ist das Ziel des Tages. Ich muss aus der Runde mit Blacklist rausgehen, wenn wir es alle zusammen haben. Als Terrorist würde ich jetzt auch mal, äh... die Schrottflinte rauspacken. Das, die Pump hat's gebracht? Kann ich schon sagen. Aber er ist ja mit dem einen los. Was hat er denn für'n Affe? Haha, gute Frage. Das waren nur 17 Kills am Ende. Wie viel... Oh, Gefahrenzone. So nice. Äh, Baden-Württemberg. Baden-Württemberg auf das Video, bitte alle. Und Würzburg einmal drauf noch. Alles klar, Leute. Schreibt mal bitte Baden-Württemberg oder Würzburg in die Kommentare, wenn ihr bis hier geschaut habt. Ähm, was von beiden ist mir persönlich egal? Oder halt Deutschland. Aber das ist ja für alles gültig. Deutschland kannst ja im Prinzip... Damit kannst du ja im Prinzip im Ausland auch zahlen mit deinem Personalausweis. Richtig. Mit deinem Reisepass. Aber das ist kein Thema. Das hätte halt schon einen Style, wenn das gehen würde. Ja, geht doch, oder nicht? Das ist mein Einführer. Ich mach das im Ausland immer. Zeig ich im Laden einfach, dass ich ein Deutscher bin und dann läuft der Hase. Ja, wir haben Angst, dass wir die nochmal einnehmen. Oh, Alter. Ne, die meisten wollen die dann Autogramme haben. Kommt halt drauf an, wie viele Deutsche in der Region sind. Wenn's wenige sind und die Deutschen nur vom Namen kennen, dann... Ja, top. Okay, wie viele Likes von mir, Abos, follow auf meinem Twitch und follow auf meinem anderen SocialMe, das willst du. Hau raus. 100 Millionen jeweils. Und 50.000. In Zehnern. Unverpackt. Geschüttelt, nicht gerührt. Geschleudert, was? Na, rumgeschleudert. Na dann, Leute. Wenn es euch gefallen hat, das war's. Lasst mal 10 Euro hier. Bis dahin. Ciao. Deutschland. Kannst du auch noch tschüss sagen? Versuch diesen Musikwort tschüss. Ich bin deutsch. Deutschland. Renjauern. Ich bin deutsch. Willst du eigentlich noch tschüss sagen? Na tschüss. Deutschland. Äh. Alternativ kannst du auch noch tschüss sagen, wenn du willst. Na tschüss. Herbie muss es kurz wieder sein. Und ich bin deutsch. Bis zum nächsten Mal.